Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Ich habe die Bibel jetzt hier mal so ein bisschen kleiner gewählt von dem Textformat, denn wir sind ja im Augenblick im Weltlichen mit dem Herrn Kennedy. Und dies ist der neunte Teil, der jetzt meiner Meinung nach so ein bisschen trockener wird, aber das ist ja wie gesagt nur meine Meinung. Und da ich jetzt eben über Meinung rede, ist es so, dass ich hier verschiedene Sachen zugetragen habe und verschiedene Sachen jetzt hier aufgelistet habe. Und da wollen wir mal schauen, wie denn so das Politikerleben überhaupt mit den Kennedys und um die Kennedys herum ausschaut. Und das eben im Punkto Verschwörung oder Dinge hinter den Kulissen. Das kann auch unter Umständen für diejenigen, die da vielleicht noch uns nicht so gut kennen, auch interessant und spannend sein. Dazu begrüße ich jetzt hier meinen Bruder aus Belgien, der sich jetzt hier zuschaltet, den Jörg. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Ich musste eben ganz herzhaft lachen, also in der Stille zumindest, als du sagtest, das wird eine ganz trockene Sendung, meiner Meinung nach. Wenn ich mich an die satanischen Medienagenda, Musikagenda, Videos erinnere, da hast du das auch oftmals gesagt und das waren dann immer die besten Folgen. Also ich würde sagen, jeder setzt sich bitte scharf hin und passt ordentlich auf, was der Michael hier zu sagen hat, weil der meint, das ist eine trockene und langweilige Sendung. Dann wird das wahrscheinlich eine der besten, die wir bis jetzt gemacht haben. Ich freue mich drauf zu lernen, was du heute wieder mitgebracht hast und wo es heute drüber geht. Ja, die Familie Kennedy besteht ja eigentlich jetzt aus dem Patriarchen Joe Kennedy, dem Vater von John F. Kennedy, eigentlich als Spitzname genannt, Jack. Und den habe ich jetzt im Portfolio und ich habe den nicht alleine im Portfolio, ich habe euch jemanden mitgebracht. Das ist der. Links seht ihr den Joe P. Kennedy, also Patrick, klar, ein richtig bekannter, ganz, ganz, ganz oft verwendeter Name in Irland. Und da, wo die Kennedys eigentlich herkommen. Und rechts habt ihr den Sir Winston Churchill, den Mann, der immer so etwas schief guckt oder schräg geht. Auf jeden Fall den, ich nenne immer gerne Kriegsminister, weil er eben zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges eben in Großbritannien immer gerufen hat, wir werden nie aufgeben, wir werden nie uns ergeben, we will never surrender. So, die beiden Jungs, beziehungsweise die beiden Herren hier im gesetzten Alter, seht ihr jetzt hier in den Schwarz-Weiß-Bild. Und die beiden haben miteinander zu tun. Der Herr Kennedy war Botschafter in England während der Zeit, wo Winston Churchill da federführend war. Also, da seht ihr zwei Menschen, die eine hohe Position hatten. Victory for the Devil, also Sieg für den Teufel. Dieses Zeichen, was der Herr Churchill da macht, ist ja eigentlich ganz bekannt, auch von kleinen Kindern. Und das heißt eben Victory, zu Deutsch Sieg. Und Viktoria ist dann auch die römische Göttin des Sieges. Und Kampf ist natürlich, ohne Kampf kann man ja schlecht siegen. Und das heißt letzten Endes für uns, dass wir erstens das Bild kleiner machen und zweitens, dass wir mal schauen, was denn da noch alles bei Winston Churchill in der Schublade hockt. Ich habe hier aus dem Buch von Taxi Maas, der jetzt nicht so ganz bibeltreu ist, aber interessante Hintergrundinformationen liefert. Ich muss ja wieder langsam reden. Habe ich jetzt hier ein Bild mitgebracht, eine Seite mitgebracht über Churchill. Er sagt, der Churchill wäre eben etwas mit einem Krypto-Juden. Jetzt will ich in diese Geschichte gar nicht reingrehen. Aber, wo er recht hat, ist eben, der ist ein Freimaurer und ein druidischer Hexer, sagt er hier. Werden wir aber auch noch gleich klären, einigermaßen. Und eben der Kriegsminister, beziehungsweise Premierminister von Großbritannien. Großbritannien spielt auf die Tatsache an, dass eben Britannien nicht nur so eine Lokalität ist irgendwo, sondern halt einfach auch einen Herrschaftsanspruch hat. Das ist Großbritannien eigentlich nur untertrieben. UK wäre viel besser. United Kingdom. Es geht also jetzt hier um eine Weltmacht. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Großbritannien eine Weltmacht. Sollte man immer dran denken. Großbritannien war viel, viel wichtiger, beispielsweise im Ersten Weltkrieg, als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und eigentlich im Laufe des Zweiten Weltkrieges, meiner Meinung nach, hat die Großbritannien United Kingdom so ein bisschen an Einfluss verloren. Was sehen wir noch auf dem Bild? Wir sehen, dass er letzten Endes dann irgendwie nicht aussieht wie ein Politiker, oder? Wir sehen, dass die Politiker interessanterweise in Kriegszeiten alle aussehen, wie Soldaten oder Generäle. Überlegt euch mal den Hitler. Der ist immer mit seinen Stiefeln da aufgetreten. Den hat man nicht irgendwie so ganz liger gesehen mit Anzug und Krawatte. Zumindest sehr selten. Also, worauf es jetzt drauf geht, ist, dieser Herr Churchill ist kein normaler Politiker. Schon wieder nicht. Denn der ist auch Mitglied in einigen interessanten, in Anführungsstrichen, Verbänden. Ja, und dieses Zeichen heißt einfach Sieg für den Teufel. Dieses Zeichen heißt auch Römisch 5, also V, hat man eben dann das V-Zeichen und das steht dann eben für Sieg. Es ist dieselbe Geschichte eigentlich wie auch bei Leonard Nimoy, bei Mr. Spock, Raumschiff Enterprise. Genau dieselbe Geschichte. Ist eben unheilig, beziehungsweise hat eben dann eine okkulte Bedeutung. Ist nicht irgendwie lustig oder sowas, sondern hat eben genau die Bedeutung. Bei Playboy Bunnies gilt entsprechend selbiges. Churchill und die Juden. Eine lebenslange Freundschaft. Ja, der Herr Gilbert ist ein dämonischer Untersucher, sagt die New Yorker Sonnenzeitschrift. New York Sun. Der Herr Churchill hat nämlich eine ganze Menge auch mit den Juden zu tun. Ist ja auch gar nicht verwunderlich, denn die Errichtung des Staates Israel ist ja zum großen Teil über das Vereinigte Königreich gelaufen. Wir denken beispielsweise mal an die Geschichte mit dem damaligen Reichsminister in Deutschland, dem Matthias Erzberger, der dann einfach so während des Krieges mal ganz locker und flockig zum Gegner nach London gefahren ist, um da eben dann halt mal ein bisschen Smalltalk zu halten über die weitere Entwicklung in Israel. Beziehungsweise damals Palästina war ja auch unter englischer, also United Kingdom, Verwaltung oder Protektorat. Ich müsste jetzt nachgucken. Seht mir das nach. Ich wollte jetzt gar nicht so weiter reingehen. Thema der Geschichte ist, die Nix damals zwischen den Weltkriegen ist großartig und die Beteiligung der Engländer, beziehungsweise der Großbritannier da gelaufen. So, und deswegen hat der Herr Churchill auch eine richtig tolle Büste bekommen und zwar diese Büste in Jerusalem. Also Jerusalem, wo man ja eigentlich denkt, das ist ja die heilige Stadt, das ist Oberhaupt für die Christen, für die Juden und auch eine ganz, ganz wichtige Stadt für die Moslems. Und da hat also auch der Herr Churchill mal eben so eine Büste bekommen. Und nicht, weil der britischer Premierminister ist, sondern eine ganze Menge eben für Israel, beziehungsweise für die Stadt Jerusalem dann da getan hat. Und was er jetzt alles getan hat und mit welchen Zionisten, bitte, ich will nicht in dieses Fahrwasser rein. Ich will halt einfach nur sagen, dass also gerade die Leute, mit denen der Herr Kennedy während seiner Zeit als Botschafter im Großbritannien zu tun hatte, alles andere als irgendwie normale Kumpels, Kollegen oder was weiß ich gewesen sind. Dieser Herr Sir Winston Churchill, der ist ja vom Adel. Ich muss jetzt mal gucken, wann der geadelt wurde, aber Punkt ist letzten Endes, er letzten Endes ist überhaupt kein normaler Politiker. Und diese Politiker, die natürlich Büsten bekommen, die sind natürlich anbetungswürdig. Die ist zwar jetzt nicht riesenhoch und wiegt nur 125 Kilo, also vielleicht so das Lebendgewicht von dem Herrn Churchill. Aber Thema der Geschichte ist, man muss wirklich gucken, diese ganzen Politiker, denen man Denkmäler sitzt, an die soll man ja auch irgendwie mal denken. Also der Franklin Roosevelt beispielsweise in der Bücherei, der Library, da steht auch sowas. Also der Herr Churchill ist bekannt im ganzen Land, das muss ich mir mal vorstellen. Und da muss man doch mal innehalten und denken, das sind doch keine normalen Politiker. Also manchmal denkt man einfach verkehrt. Ich habe hier beispielsweise heute mal etwas gefunden, was ich sehr interessant fand. Das ist wohl ein türkisches Sprichwort, das lautet, Der Wald ging zurück, aber die Bäume, die haben weiterhin für die Axt votiert oder gestimmt. Denn die Axt war sehr clever und hat die Bäume davon überzeugt, dass aufgrund der Tatsache, dass der Stiel doch aus Holz war, war sie eine von ihnen. Und ich kann mal sagen, im Zusammenhang, im Zusammenspiel mit Politikern, glaubt man auch immer, die wären so einer von uns. So Volksvertreter. Nichts Entfernteres würde passen. Diese Volksvertreter sind nicht existent. Es wird niemand Politiker, der nicht in irgendeiner Art und Weise vorher gebrieft ist. Das habt ihr jetzt ganz aktuell in Deutschland mit Annalena Baerbock, die designierte Außenministerin, die in ihrem Leben, und da muss ich jetzt einfach stoppen, ich will nichts Falsches sagen und ich kann auch nichts dazu sagen, ich kann nur den Kopf drüber schütteln, aber sie ist in den Programmen der Young Global Leaders, unter anderem von dem Herrn Klaus Schwab. Und dann weiß man auch, wie viel Einfluss gewisse Menschen im Hintergrund haben und die Politiker haben nichts mit dem Volk zu tun. Die haben Immunität. Die haben diplomatische Immunität, das heißt, sie sind doch immun gegen das Volk. Das wäre toll. Das sind die einzigen Menschen, die eine verbriefte Immunität bekommen. Heutzutage sind Politiker. Das ist aber diplomatisch gemeint. Also nicht diplomatisch ausgedrückt, sondern diplomatisch politisch gemeint und eben nicht gesundheitlich. Soviel mal dazu. Winston Churchill geht weiter. Seine Gesundheit hat gelitten und er hatte eine Herzattacke 1941 im Weißen Haus. Aha. Als der Krieg zu Ende war, da haben die Engländer den erstmal nicht mehr gebraucht. Der hat Churchill eventuell auch an den Krieg erinnert, weil er immer so, naja, eben da war, wo irgendwo Mochtotschlag und Verwüstung war. Und hat eben dann die 1945er Wahl erstaunlicherweise verloren. Aber da passiert ja auch nichts zufällig. Wurde aber dann wieder gewählt in 1951 bis 1955, bis ihn seine Gesundheit dazu gezwungen hat, eben zurückzutreten. Dann hat er einen zweiten Anfall bekommen im Jahre 1965 und dann ist er eben neun Tage später gestorben und ist dann beigesetzt worden in der Kirche Sankt Martin nahe Woodstock. Nicht bei dem Festival, sondern in England. Er ist interessiert gewesen in der Freimaurerei im Jahre 1901. Das ist die offizielle Version. Und viele seiner Familienmitglieder waren dann auch eben Freimaurer. Mit 1926 wurde er initiiert into die Stadtholm Lodge in London. Und 1912 hat er eben dann da resigniert, hat er eben dann abgedankt sozusagen. Aber, und jetzt kommt's, er hat dann doch seine Mitgliedschaft in der Kunst weiter fortgeführt. Was auch immer das jetzt heißen mag. Zu deutsch einmal Freimaurer, immer Freimaurer. Der hat sogar einen Nobelpreis bekommen. Es ist unglaublich, was der Mensch, also an Preisen, der muss ein ganz tolles Exemplar gewesen sein. Aber der ist ein Exemplar gewesen eines Politikers. Das heißt, jemand, der eine Agenda im Rucksack hatte. Der hat nämlich einen speziellen Preis bekommen, einen Nobelpreis in Literatur 1953. Jetzt habe ich hier vergessen, bitte entschuldigt das, den Bob Dylan hier einzukleben. Und ihr wisst von dem Bob Dylan, dass der einen Pakt mit dem Teufel hatte. Ich kann dasselbe über den Winston Spencer Churchill nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt hier herausfinden. Und habe ich auch nicht nachgeguckt. Aber dieser Mensch war Kriegsminister. Und dieser Mensch hat eben dann einen Bund, oder einen Pakt besser gesagt, mit den Freimaurern gehabt. Die beten wiederum ein höheres Wesen an. Und was ist denen eigentlich egal? Und eigentlich werden die wiederum kontrolliert von den Jesuiten. Das heißt, im Endeffekt drehen wir uns da im Kreis. Und alle haben nur die Agenda, maximal viel Macht für die Kirche hervorzubringen. Deswegen fand ich das sehr, sehr passend, dass der Herr Churchill zum einen mit einem Denkmal direkt auf die Kirche guckt. Und zum Zweiten habe ich mich immer daran gestört. An diesem Wort Churchill kann nämlich zweierlei bedeuten. Erstens der Kirchenhügel und zweitens die kranke Kirche. Ich denke, ist nicht zufällig, dass der Mann so einen interessanten Namen hat, der irgendetwas mit einer Kirche zu tun hat. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, gebe ich ganz offen zu, nachzugucken, wo jetzt der Name herkommt und wer da alles mit verwandt ist. Da haben wir keine Zeit für. Es geht sich hier um die Ermordung und die ganzen Hintergründe bei Kennedy. Aber ihr habt eben gesehen, der Herr Papa Kennedy war Botschafter zur Zeit, wo Winston Churchill als Freimaurer im England das Sagen hatte. Zumindest politisch nach außen hin. Und dieser Mann... Ich muss kurz was einwerfen. Ja, bitte, bitte. Ich meine, dass ich... Ich habe so viel gelesen, ich habe es auch wieder vergessen. Ich meine, dass ich gelesen hatte, dass Churchill im Ersten Weltkrieg doch Kriegsminister war. Weil du hattest ja gesagt, er steht für den Krieg. Er war Kriegsminister, womit du meintest, er war Premierminister. Aber ich meine, er war im Ersten Weltkrieg Kriegsminister oder Marineminister oder irgendwas in der Sagen. Stimmt das? Genau, Marine, ja, richtig. Ja, Marineminister war es da. Weil der hat nämlich eine ganz große Laufbahn im Krieg eben. Und wenn man dann halt im Zweiten Weltkrieg der Anführer des United Kingdoms, also des Vereinigten Königreichs ist, dann will das schon was sagen. Das wird nicht so mal einer, wenn man sich im Ersten Weltkrieg auf die Art und Weise schritten. Richtig, richtig. Das sind viele Leute, die das nicht wissen. Und das ist wichtig für den Hintergrund, denke ich, dass wir das auch mal kurz erwähnen. Ja, das ist nämlich genau die Geschichte dazu. Der ist nicht umsonst irgendwo dahin gekommen. Du kommst ja nicht auf einen Posten, wenn du vorher nichts geleistet hast oder wenn du halt vorher nicht geprieft bist. Man sieht ja schon die Wichtigkeit eines Menschen, eines Politiker, sieht man ja da schon, was ihm da für Denkmäler gebaut werden. Wir reden jetzt hier über Jerusalem, wir reden jetzt hier über London, über Prag, über Canberra, das ist Australien. Ja, und New Orleans. Wir reden hier über Europa, Australien, Amerika, also Nordamerika, USA. Naja, Australien gehört ja zum Commonwealth, ne? Ja, aber trotzdem, ja. Also der hat ja mit Australien jetzt so viel nicht zu tun gehabt. Naja, England hat mit Australien auch nicht viel zu tun, kannst du sagen, aber das gehört halt zu ihrer Gemeinschaft, ne? Es gehört dazu, ja. Ja, aber nochmal, also die Geschichte ist die, also so eine Anhäufung von Statuen werden wir über Helmut Kohl nicht finden. Nein, aber ich schätze mal, der Churchill macht in dem Freddie Mercury Konkurrenz, ne? Ja, ja, aber das ist schon interessant, finde ich. Also immer in derselben Pose und vielleicht hier noch mit Victory in New Orleans. Und diese überlebensgroße Statue ist letzten Endes nichts anderes als ein grünes Kalb und nichts anderes als irgendetwas, wo man zu hoch guckt, aufguckt und was uns als Vorbild und als Staatsmann und wie auch immer dann vorgesetzt werden soll. Und das hat eben nichts mit einem Menschen zu tun, dass man an einen Menschen erinnern möchte, sondern wenn jemand überlebensgroß ist, dann hat das eben einen anderen Hintergrund. Naja, das zweite Gebot, was ich jetzt hier vorlesen soll, hat natürlich einen Anbetungshintergrund. Aber das Problem ist eben, und das ist ein Satz, auf den bin ich in meiner letzten Impfquisitionssendung nicht gekommen, weil ich dadurch das Telefon, glaube ich, gestört wurde in der vorletzten Sendung. Damals wollte ich eigentlich sagen, dass Gehorsam die größte Form der Anbetung ist. Da wurde ich aber unterbrochen und habe diesen Satz nicht beendet. Und das war im Grunde das, was ich sagen wollte. In Englisch heißt es, Obedience is the highest form of worship. Derjenige, den ich gehorche, den bete ich auch an. Und natürlich ist die, zwischen Anführungszeichen, Gefahr sehr groß, wenn ich von jemandem irgendein Bildnis mache, dass ich ihn, wie sagt man das so schön, als Tidi, der die Bravo, Star-Bildschnitte aussucht, anhimmelt. Michael, das war aber jetzt nicht abgesprochen, wenn wir das gleichzeitig sagen. Richtig, ja. Muss man nur mal eben den Zuschauern sagen. Aber so ist das, wenn man im gleichen Geist ist. Und deswegen ist dieses zweite Gebot unglaublich auf unser heutiges Leben zu beziehen. Es heißt ja nicht, dass ich mich deswegen gleich auf die Knie falle und meinen Kopf auf den Boden schlage. Nur weil ich das jetzt vor dem Bildnis von, was weiß ich, was sind denn so die Idole von heute? Ich kenne da sogar keiner. Ich bin nicht in der Welt. Aber im Grunde ist das genau das. Wenn ich diese Leute anhimmel und wenn ich die ganz, 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 ganz treu finde, dann lese ich auch jedes Wort, was von ihren Lippen kommt. Und genau das ist ja das, was im Augenblick in dieser Welt mit den Weltführern passiert, die jedes Wort ablesen, was von den Lippen vom Papst kommt. Und die deswegen eben auch zum Papst gehen und ihm die Hände küssen. Früher haben sie seine Füße geküsst. Das machen sie heute vielleicht noch hinter geschlossenen Türen. Das wissen wir nicht. Aber das ist eben die große Gefahr dabei. Und genau davor hat Gott gewarnt. Weil von Gott sollen wir uns kein Bildnis machen und wir sollen uns überhaupt kein Bildnis machen. Nicht Bildnis oder Gleichnis steht hier. Von irgendetwas, was im Himmel, was unten auf der Erde oder von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Jetzt nehmen wir doch mal den ersten Teil des Satzes weg. Diene ihnen nicht. Ja, wem diene ich denn heute hier auf dieser Welt? Ich diene doch dem Papst und dem antichristlichen System. Ich diene doch meiner Regierung, wenn ich der Regierung hörig bin. Ob ich mir da jetzt ein Bild von ans Bett hänge oder übers Bett hänge oder nicht. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, sagt der Herr. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Gliederer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Nicht die Gebote des Menschengottes, sondern die Gebote des Schöpfergottes. Ja, vielen Dank. Und wir sehen ja aneinander eine Auflistung der Orden, den der Mensch jetzt hier hat. Sehen wir ja letzten Endes, dass der in dieser Welt, in der satanisch beherrschten Welt, unglaublich beliebt ist. Also eins der interessantesten und eins der offensichtlichsten Beispiele, denke ich mal, dass eben so ein Politiker eine gewisse Agenda hat und der wird dann halt ausgezeichnet. Also jemand, der jemand ausgezeichnete Arbeit macht, dann wird der eben ausgezeichnet. Ja, dass der jetzt kein normaler Volksvertreter ist, kommt auch schon aus seiner Historie, aus seinem Ursprung. Aber vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, dass dieser Mensch eben dem Volk vorgesetzt wird als Erlöser oder Erretter, Retter des Landes oder der englischen Krone oder wie auch immer, dann ist das schon eine Geschichte. Der ist geboren wo? Im Palast? Nix Volksvertreter. Blenheim Palace bei Woodstock in der Grafschaft Oxfordshire gehört zu den größten und bekanntesten Schlössern Englands. Da hat er gespielt. Und ihr glaubt wirklich, das ist ein Volksvertreter? Und er galt eben als bedeutendster britischer Staatsmann des 20. Jahrhunderts. Ja, er war zweimal Premierminister, hatten wir alle schon gesagt, Nobelpreis für Literatur und so weiter. Churchill entstammte der britischen Hocharistokratie. Mit dem Volksvertreter und Hocharistokratie lassen wir uns mal eben kurz was einwerfen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass man in England in dieser sogenannten monarchischen Demokratie, oder wie sich das auch nimmer nennt, oder schimpft, da haben wir in Belgien ja auch sowas, da gibt es ja zwei Häuser. Es gibt der House of Lords und es gibt der House of Commons. Das heißt, es gibt einmal die Vertretung der Aristokratie und es gibt einmal die Vertreter des gemeinen Volkes. Oberhaus und Unterhaus, ganz genauso, ist genau dasselbe. Da wird doch immer ein Unterschied gemacht davon. Wer lässt sich denn freiwillig vom Unter vertreten, dass man gleich von Anfang an unten drunter gestellt wird? Nach dem Motto, unter den Fuß. Man sieht ja schon die Wertigkeit. Du bist, also ich will ja nicht sagen unter Mensch, aber du siehst schon die Wertigkeit. Aber dicht bei, das war das Wort, was mir gerade nicht angefangen hat. Ja, das ist aber der Adel, der triumphierter, der Adel, der drüber steht. Von Geburt an privilegiert sozusagen. Von wegen demokratischer Monarchie. Haben wir in Belgien ja auch ein Königshaus, aber eine Demokratie, so gesagt. Ja, 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 ja. Man muss nur alles oft wiederholen und dann glauben die Menschen das. Man muss es nur verkaufen können, ja. Genau, also im Ersten Weltkrieg musste der eben wegen einer Niederlage zurücktreten, aber dann wurde er ins Kriegskabinett und deswegen in dem Moment natürlich, wo die Vereinigten Königreich im Krieg ist, dann brauchen die den wieder und holen den dann nämlich dann hin und sagen, du musst jetzt. Und das gibt keine Zufälle da. Das heißt, der Neville Chamberlain mit seiner Appeasement-Politik, ja, in der glücklosen Alliierten Kriegsführung, das ist Propaganda, was hier steht. Das hat nämlich nichts damit zu tun, das ist gewollt gewesen. Die Menschen wussten von der Aufrüstung von Deutschland. Die wussten von der Militarisierung des Rheinlandes. Die sind nicht blöd. Also das hat alles mit Strategie zu tun, ja, Porns in the Game, ja, mit Schachspiel und hat eben nichts damit zu tun, dass die eben glücklos war oder Pech hatten oder was weiß ich. Was da nicht funktionieren soll, funktioniert nicht. Und was funktionieren soll, funktioniert auch. Also soviel mal eben hier zum ganz kurzen Abriss. Jetzt kommt die Geschichte hier mit seiner Freimaurerloge, ja, sogar in zwei Logen zum Meister erhoben. Das ist jetzt nichts Wildes, das ist dritter Grad, wenn ich richtig im Kopf habe. Aber es gibt Angaben von einem Großsekretär, Sir Sidney White, auch wiederum Adel, Adel vernichtet, war er jedoch ein eher passives Mitglied, das viele Jahre lang nicht an den Logen-Sitzungen teilnahm. Aber egal, man hat ja die Verbindungen. Und 1908 trat er dann in Albion Lodge der Ancient Order of the Druids bei. Und wenn du diesen kleinen Artikel anklickst, dann kommt, wie du siehst, direkt die internationale große Loge der Druiden raus. Die, sagt von sich selber, hat mit den Druiden, mit den historischen Kälten und ihrer geistigen Führungsschicht nichts zu tun. Das ist einfach nur derselbe Name. Durch die Namensgebung wollten die Gründer Wissenschaft, Kunst, Weisheit und Naturverbundenheit symbolisieren. Klar. Und Schneewittchen ist Schneewittchen und kein Zwerg. Also wir sehen, wir werden nur veräppelt, egal wo. Natürlich hat das etwas mit Religion zu tun, mit, meinetwegen, Tradition zu tun. Es hat nichts mit Wissenschaft, Kunst, Weisheit oder Naturverbundenheit zu tun. Aber man kann den Leuten alles erzählen. Vor allen Dingen, wenn dann ein Deckengemälde zum Thema Druiden ausregend auf der Wikipedia-Seite steht, in Dresden, ausregend in der Martin-Luther-Straße 17, das auch überhaupt nichts mit Religion zu tun hat, wie man sieht. Nein, die spielen da alle Harfe wegen der schönen Musik. Ja, veräppeln könnt ihr euch selber. Gut, also Humanismus, Nächstenliebe, was man alles so hat. Menschenrechte heißt also zu deutsch, der Mensch muss nicht gehorchen, hat Rechte, hat also alles nichts mit der Bibel und hat vor allem nichts mit der Wahrheit zu tun. Orden heißt letzten Endes Geheimarbeit hinter verschlossenen Vorhängern. Dafür habe ich eine Loge. Da kommt nicht jeder rein. Guck mal, als Idee. Die Logenvereinigung wird deklariert in Wikipedia. Die Logenvereinigung grenzt sich gegenüber der Öffentlichkeit ab. Die Mitglieder werden in der Regel erst nach einer Phase gegenseitiger Prüfung aufgenommen. Kennst du bei den Pfadfindern ja schon, Mutprobe. Und sie müssen eben nach außen hin Stillschweigen bewahren. Also secret, keep secret, keep your mouth shut. Also das ist eine Loge. Das hat nichts mit den Aufgaben eines Volksvertreters zu tun. Hier geht es sich um Geheimnisse. Das ist doch ganz klar. Es gibt Leute, die gehen so weit, dass sie sagen, sogar hier, wir wissen, Churchill hätte irgendetwas mit Jack the Ripper zu tun. Aber ich sehe da nur im Augenblick die Gleichheit mit dem Zylinderhut. Und da will ich auch gar nicht reingehen, was mich gar nicht interessiert. Es gibt angeblich Hinweise, dass Freimaurerbeteiligung da gewesen ist. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Aber wir sollten uns nicht veräppeln lassen, bitteschön. Druiden haben eben bitteschön mit Druidismus zu tun. Das heißt das Ding hier. Das heißt nicht die internationale große Loge der schönen Künste oder sowas. Das heißt, Druiden zu tun. Das geht sich hier um keltische Priester, um keltische Riten, um Religionsausübung und die Anbetung eines heidnischen Gottes oder heidnischer Götter. Darum geht es hier. Geht auch in der Freimaurerei um ein höheres Wesen. Also, so viel mal dazu. Also das, was draufsteht, ist auch in der Regel das, was es ist. Und wenn jemand DDR als Demokratie empfindet, vielleicht haben die uns das nur falsch übersetzt. Vielleicht hieß das ja Deutsche Diktatorische Republik. DDR ist auf jeden Fall immer richtig. Es ist genau das, wonach es aussieht. Und nichts anderes. Das ist keine Bodybuilding-Pose. Das ist kein Versehen. Das ist kein Schnittfehler. Das ist einfach das, was es ist. Und der Herr Taxi Maas, da sind wir schon wieder hierbei, der hat uns erzählt, oder wie gesagt, er möchte uns erzählen, dass der Herr Gouverneur Schwarzenegger aus Kalifornien damals eben auch einen Freimaurerring trug. Zumindest damals auf diesem Bild. Also alles eine große Familie. Die glauben alle nicht an den Gott der Bibel. Der Herr Schwarzenegger verbietet sogar gewisse Dinge aus der Bibel während seiner entsprechenden Zeit. Der ist aber gleichzeitig beim Papst. Was kann das bedeuten? So, noch mehr Freimaurer-Geschichten. Buzz Aldrin. Auf den kommen wir später nochmal zurück. Der ist da auf dem Mond. Also, naja, der ist der Mann im Mond im Augenblick. Also, im Märchen. Der ist eben dann auch ein 33 Grad Freimaurer, der Buzz Aldrin. In guter Gesellschaft. Alles Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, die nur mit dem Gott dieser Welt zu tun haben, der Satan ist. So, das gibt ja der doppelt geköpfte Adler, der Doppelkopf-Adler und so weiter und so fort, was ein römisches Symbol ist. Und deswegen spaziert man da einfach rum und grinst in die Kamera. Können wir zum Glück nicht sehen. Der Buzz Aldrin hat interessante Dinge gesagt und noch viel mehr interessante Dinge gemacht. Und an den kommen wir später auch nochmal. Ich versuche dran zu denken. 33 Grad Freimaurer. Schottischer Ritus. Flagge mitgenommen auf die Apollo 11. Warum 11? Der ist Freimaurer. Geht weiter. Codex Magica. Wie tief war denn der Vatikan und der Schwarze Pass, beziehungsweise der General der Jesuiten, involviert in dem Anschlag auf Präsident Abraham Lincoln? Oh, da kommen wir dann zu, wenn wir auf den Anschlag mit dem John F. Kennedy kommen. Da gibt es nämlich ein interessantes Buch. Die unterdrückte Wahrheit über den Anschlag auf Abraham Lincoln. Und das hat eben damit zu tun, dass den Menschen hier nicht kalt ist, sondern dass das eben die Hidden Hand ist. Der Freimaurer kennt er beispielsweise von Karl Marx, von Stalin, von ganz bekannt Napoleon Bonaparte und so weiter. Und wenn das jetzt hier ein Jesuit macht, dann kann man nur dazu sagen, der kennt sich aus. Der kennt alle Seiten. Aber das sind Seiten einer Geheimpolitik, das sind Seiten von Geheimdiensten. Das hat nichts mit Volksvertretung, mit demokratischer Abstimmung oder so zu tun. Das ist ein großer Club. Nein, das ist ein kleiner Club. Das ist ein ganz kleiner Club und du bist da nicht Mitglied. Oder wie Kaya Jana sagen würde, du musst draußen bleiben. Du kommst hier nicht rein. Und so sieht es halt immer aus, wenn die Menschen halt ihre ganzen Rituale und ihre Symbole machen. Alles Freimaurer. Die ganze USA-Geschichte ist letzten Endes eine freimaurerische Geheimoperation, die unter der Ägide der Leute, die die Freimaurerei übersehen, aufsehen, gegründet worden ist. Deswegen ist beispielsweise auch die sogenannte Freiheitsstatue, die mit Freiheit überhaupt nichts zu tun hat, sondern eigentlich eine heidnische Gottheit darstellt, mit einem Sonnenkranz auf dem Kopf, eben auch von einem Freimaurer gebaut worden. Nämlich dem Bildhauer Auguste Bertholdy in der französischen großen Orientloge. Und so kommen die ganzen Geschichten zusammen. Hände ich jetzt noch ein Bild von George Washington hier mit seinem Freimaurerschurz. Während der Grundsteinlegung wäre es perfekt. Aber man kann ja nicht an alles denken. Gibt noch viel mehr. Der Roosevelt hat auch die Hand hier reingemacht. Vielleicht war dem aber auch kalt. Aber vielleicht hat es auch mit Freimaurerei zu tun. Man darf das nun jetzt nicht jedem unterstellen, der dann einfach das mal so macht. Vor allem nicht bei einer Karikatur. Und ganz böse wird das eben dann auf Seite 64 von Codex Magica von Deximars, wo er eine Karikatur zeigt, wo man dem Abraham Lincoln das auch noch unterstellt, dass der irgendwelche freimaurerischen Anwandlungen hätte. Aber nochmal, das ist eine Karikatur. Heutzutage nennt sich das auch nicht mehr Karikatur. Heutzutage nennt man das Photoshop oder Deepfake. Also heutzutage können wir mit Bildern auch nicht mehr garantieren, dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise nicht gefälscht ist. Wir sehen jetzt hier ein Bild von Abraham Lincoln eben in einem Militärcamp, vermutlich während des Krieges. Und interessanterweise haben also meine Männer hier irgendwie kalte rechte Hand. Nur der Lincoln steckt die linke Hand in die Brust. Das ist nicht das Zeichen der Hidden Hand. Das muss ein anderes Zeichen sein. Ja, das ist letzten Endes auch hier, dass ihm das nur untergeschoben wird, dass er irgendetwas damit zu tun hätte, dass er linkisch ist oder wie auch immer. Interessanterweise machen die Freimaurer das ja immer mit rechts. Genau. Ja, soviel eben mal dazu, zu der Geschichte. Also es ist immer das, was es ist. Jetzt ist dieses Bild hier reingeraten, damit man mal sieht, dass man sich durchaus auch mal Gedanken macht über irgendwelche Sachen, die halt in diese Wunder in dieser Welt immer wieder passieren, wie beispielsweise Flugzeuge, die also in knapp über Bodenhöhe überhaupt nicht manövrierfähig sind, ja, trotzdem totale Kunststücke vollführen können, speziell wenn sie von absoluten Amateuren und ungelernten Flugpiloten gesteuert sind. Aber vielleicht sind ja auch noch andere Dinge gesteuert. Beispielsweise war der Churchill Mitglied in mehreren renommierten Clubs, zum Beispiel im Atheneum-Club. Da habe ich gedacht, hey, den kenne ich. Atheneum? Das ist doch da, wo die Athena, Athenas-Club in London da ist. Das kenne ich, das Ding. Das ist sehr, sehr bekannt. Und da hatten wir dann auch schon mal in den Sherlock-Holmes-Folgen drüber gesprochen. Die Abenteuer des griechischen Übersetzers, genau. Und das hat eben einen Bezug zum Geheimdienst, weil da kommst du eben so nicht rein. Das ist geheim. Aus der Folge, muss ich mal selber gucken hier, 185, Christopher Lee, Sherlock Holmes in Deutsch. Und die gibt es auch in Englisch. Die habe ich mit Brad gemacht. Ist es eben so, dass der Bruder von Sherlock Holmes, der ältere Bruder, der dort zufälligerweise sieben Jahre älter ist, der absolute Mastermind, das absolute Gehirn des britischen Geheimdienstes ist. Und der Athenium-Club ist eben dann so die Vorlage für den Sherlock-Holmes-Diogenes-Club. Und da treffen sich eben nur die absoluten Elite-Lords und so weiter. Und da ist in diesem Athenium beispielsweise, da haben sich auch eine ganze Menge Menschen getroffen. Das hat natürlich auch wiederum, wer sieht nichts, aber auch wirklich offiziell nach außen, nichts mit Druiden, mit Kelten, mit Freimaurern, mit sonstigen Orden, mit Rittern und so zu tun. Es geht sich immer nur um Wissenschaft, um Ingenieurswesen, um Literatur oder Kunst. Kunst, klar, die machen da drinnen nur Musik und spielen Theater. Da sollen wir glauben. Aber unsere Herrschaften oder beziehungsweise unsere sogenannten Volksvertreter, die treffen sich hinter verschlossenen Türen. Also wir hätten jetzt auch genauso gut die Bilderberger hier einfügen können oder Council on Foreign Relations oder wen auch immer, Transatlantikbrücke. Die treffen sich alle da, wo du nicht bist. Und die wissen auch genau, warum. Noch mal hier. In der Folge habe ich extra benannt, dass eben der Sherlock Holmes eben nicht der Superkluge ist, sondern eigentlich nur der kleine Bruder von dem richtig Klugen ist, nämlich dem Mycroft Holmes. Und der hat eben die Autorität der Regierung seiner Majestät. Also er ist die Autorität. Also muss der der Kopf von irgendetwas ganz Wichtigem sein. Und wichtiger als der Geheimdienst kann niemand sein. Das sind die Leute, die die Geheimnisse kennen. Staatsgeheimnisse kennen. Wenn die die verraten würden, wäre der Staat hinüber erledigt. Diplomatisch erledigt und wie auch immer. So, also der Herr Churchill hat Orden ohne Ende. Britischer, ritterlicher Orden. Also von daher hat er katholische Geschichten. Der hat freimaurische, also protestantische, geheime Orden und so weiter. Also Protestantismus hat eigentlich keine geheimen Orden. Aber Freimaurerei dient so ein bisschen als Vehikel für die versprengten Evangeliker, die dann auch mal eine Geheimgesellschaft haben wollen. Zum Zeitpunkt dessen, wo eben dann der offizielle Protestantismus in den entsprechenden Ländern da herrscht. Aber ihr seht, das hat alles nur mit schönen Künsten zu tun, mit Reden. Den Karlspreis bekommt man dann dafür, wenn man ein besonderer Freund Europas ist. Europa ist die Beute von Zeus. Zeus ist letzten Endes der, der eigentlich Cäsar ist. Zeus ist dann auch wieder ein griechischer Gott. Und Zeus ist im Endeffekt, wenn man so will, der Papst, der oberste der Götter. Das ist eigentlich der Göttervater. Und wenn ihr jetzt denkt, das hat alles damit überhaupt nichts zu tun, dann lest euch doch mal die Geschichte von Europa durch, die dann eben der Zeus geraubt hat. Und überlegt euch mal, warum denn der Europa Kontinent Europa heißt. Und das hat nichts, aber bitte schön nichts, mit irgendeinem Dämonen Jupiters zu tun. Das ist nicht so alt wie die Legende um Zeus. Geht weiter. Seine Frau ist Baroness Spencer Churchill, G.B.E. Das ist die Dame für Gott und das Königreich. Da steht es drauf. Für Gott und das Königreich. Welcher Gott? Steht da nicht drauf. Steht nur Gott drauf. G.O.D. Kann alles heißen. Ich wollte noch mal einen Kommentar zu einem Kommentar abgeben. Vielen Dank, Johannes Fischer, dass Sie da jetzt noch mal ein interessantes Buch benannt haben. Damit wir endlich mal wieder auf die Route mit Kennedy kommen. Der hat uns nämlich hier ein Buch empfohlen, wegen der Hungersnot in Irland, die dazu geführt hatte, dass also viele Iren, extra mit dem Lange betont diesmal Iren, nach USA ausgewandert sind, beziehungsweise sollten und mussten. Und das hat eben dann mit Schimmelpilz zu tun. Also auch etwas mit Gesundheit. Ein sehr aktuelles Thema. Und dieses Buch heißt eben Der Pilz, der John F. Kennedy zum Präsidenten machte. Ich glaube nicht, dass das ein Pilz war. Ich glaube, dass da eine ganze Menge anderer Hintergrund war. Aber man kann ja da durchaus drüber spekulieren, ohne jetzt eine V-Theorie in den Raum zu stellen, dass die Hungersnot kein Zufall gewesen ist. Gut. Jetzt kommen wir endlich wieder auf die Route zu dem Herrn Kennedy, den wir ja am Anfang gesehen haben im Bild mit dem Herrn Winston Churchill, der ja ein absoluter Adelsvertreter ist und kein Volksvertreter ist. Joe Kennedy war besessen mit der Idee, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Deswegen muss diese Konversation mit dem Churchill irgendwo vorher gewesen sein, zwischen 1936 und 1940, wo eben die Wahlen für die Präsidentschaft in den USA gewesen sind. Und wir wissen, dass der 1939 dann als Botschafter in London war. Und diese Seite, die ich jetzt hier habe, an einer Reformationsseite, die sagt mir jetzt, ich kann es nicht beschwören, der macht einen Fehler dabei. Er denkt immer, dass die Engländer hinter allem stehen. Für die einen sind es Juden, für den nächsten sind es die Engländer, für den dritten sind es diese und so weiter und so fort. Er sagt immer, dass eben der Franky Delano Roosevelt eine Puppe gewesen wäre, eine Marionette von Churchill. Und Kennedy wäre eben das Weiße Haus versprochen worden im 1940. Die einzige Ambition, die er hätte, wäre Präsident zu werden. Währenddessen die einzige Ambition von Churchill gewesen wäre, Premierminister zu werden. Und sofort, als er eben Präsident wurde, Herr Roosevelt, hat er eben das ganze Gold konfisziert, das eben dann den US-Bürgern gehört hätte. Und das meiste wäre eben in California gewesen. Das war ja wahrscheinlich dann auch so mit Gold-Rush und alles zu tun. Jetzt hat diese Seite hier falsche Dinge benannt, einen falschen Paragrafen, nämlich den Paragraf 6103, US-Code. Und das ist eben dann, das kommt gleich, ihr segelt den Fehler gleich. 6103 sind aber die entsprechenden heiligen Tage. Also das sind ja keine Ferien, das sind heilige Tage hier. Im US-Code, im amerikanischen Law, ist es ja interessant, dass der Martin Luther King zum Beispiel den dritten Montag im Januar Geburtstag hat. Das Datum ändert sich, ne? Habt ihr schon mal einen Geburtstag, der sich ändert? Nee, ne? Ihr habt immer am 5.3. oder am 10.1. Aber ihr habt nicht mal am 12., am 14., am 15. habt ihr nicht, ne? Moment mal. Ja. Das ist genau das, was ich als Kind immer so unlogisch fand an Ostern. Wenn sie uns erzählt haben, Jesus wurde Ostern gekreuzigt. Und dann war das jedes Jahr auf dem Allendatum. Der Todestag ist doch genau wie der Geburtstag. Immer jedes Jahr auf dem selben Tag. Und ich hab einfach gesagt, das stimmt doch irgendwo nicht. Also muss das doch alles irgendwo eine Lüge sein. Ich hab das damals nicht weiter verfolgt. Aber später, als ich dann ein wenig älter war, wurde und reifer wurde, schon. Als du öfter Geburtstag hattest, ja. Als du Geburtstag hattest, erst so eher ist dir das raufgefallen. Da sollte doch wirklich mal einer drüber fallen. Über solche Sachen. Jetzt machen sie hier mit Martin Luther King genau dasselbe. Und mit dem Herrn Washington. Ist doch lächer. Und mit dem Herrn Washington, ja. Jaja, interessant, ne? Also ich finde das schon erstaunlich, dass man da drüber, dass viele Leute sich das, ja, das lesen, aber da nicht drüber fallen. Was für eine Lüge das ist. Ja, vor allen Dingen Millionen von Amerikanern. Wir haben ja mit den Feiertagen überhaupt nichts an der Mütze. Worum es eigentlich darum geht, ist die Executive Order 6102. Das ist eben der Stichtag 1. Mai. Interessant, ne? Das ist nämlich ein heidnischer, auch kultischer und keltischer Feiertag im Übrigen auch. 1933, nicht nur da. Dass eben dann hier die Goldmünzen und so weiter und so fort, die Zertifikate und so weiter, dann von der Federal Reserve Bank dann eben dann, bitteschön, ins Eigentum übergehen. Das ist eine Anweisung des Präsidenten. Und gegen Zuwiderhandlungen sind das eben kriminelle Handlungen, die eben dann 10.000 Dollar Strafe oder 10 Jahre Gefängnis bedeuten. Also das ist mehr oder weniger eine Einschränkung des Goldverkehrs beziehungsweise ein Goldhandelsverbot. Oder beides, ne? 10.000 Dollar Strafe oder 10 Jahre im Gefängnis. Oder beides. Also man kann auch beides bekommen, ne? Ja, genau. Ja, das war ja Teil von Roosevelt's New Deal. Ja, ja. Und das ist natürlich logisch, dass sie das gemacht haben, weil wir dürfen ja nicht vergessen, vielleicht mal eben ganz kurzes Hintergrundwissen für die Leute, was du hier vielleicht auch nicht mit beisagst, weiß ich nicht. Bevor die Federal Reserve ihre Scheine rausgebracht hat, wo ja draufsteht, dass dieses Geld im Grunde nur Legal Tender ist für alle öffentlichen oder privaten Schulden, also ein legales Bezahlmittel für alle öffentlichen oder privaten Schulden, konnte man früher einen US-Dollar zur Bank bringen und musste den in Gold eingetauscht bekommen. Es war Pflicht für jede Bank, wenn ich da hingekommen bin mit echten amerikanischen Dollar, dass ich dafür Gold bekomme. Und das ging natürlich nicht mehr, wenn alles Gold der Menschen konfisziert wurde auf einmal. Da wurde der Goldstandard weggebracht und die Währung, die früher auf Gold basierte, basierte erstmal auf gar nichts mehr und wurde dann, glaube ich, in den 60er Jahren oder Anfang der 70er Jahre wurde eben dann das Öl genommen. Und deswegen spricht man dann vom Petrodollar. Und wenn man da noch mehr in die Geschichte reingehe will, kann ich ein Buch empfehlen, das ich angefangen habe zu lesen, aber weiter als die ersten 50 Seiten bis jetzt nicht gekommen bin. Das ist von Avro Manhattan, The Vatican and the Dollar. Der Vatikan und der Dollar. Ein fantastisches Buch, wenn man über Währung und deren Warenhintergrund etwas lesen möchte. Aber das mit dem Goldstandard, das musste ich mal eben sagen, der ist damit im Grunde eingezogen worden. Und man konnte früher wirklich einen Dollar zur Bank bringen und musste Gold dafür bekommen von der Bank. Und jetzt hast du genau das, kann ich bestätigen hier. Hier steht das drin. Die Beschränkungen des Goldbesitzes in den USA wurden aufgehoben, nachdem Präsident Jared Ford einen Gesetzesentwurf zur Legalisierung des Privateigentums an Goldmünzen, Barren und Zertifikaten in den Kongress einbrachte, welcher am 31. Dezember 1974 in Kraft trat. Der Präsident Jared Ford, wisst ihr, wo der drin war? In der Warren Commission. Die hat mit JFK einiges oder mit John F. Kennedy einiges zu tun. Aber geht weiter. Die Executive Order 6103, die die Seite hier beschreibt, ist eigentlich 6102. Die eben dann das private Gold dann konfisziert hat, zu dem Kurs 2067 pro Unze. Im nächsten Jahr war das Gold 35 Euro bewertet. Und ja, das wurde eben dann genannt als die große Goldräuberei oder Raubfeldzug von 1933. Der größte Goldraub seit Cortis und Pizarro. Da reden wir jetzt hier über sogenannte Eroberer. Ja, die Strafe hatten wir eben auch schon gesagt. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Der rollstuhlgebundene Roosevelt war genauso ein Diktator wie Churchill und Hitler. Roosevelt hat geendet in einem Rollstuhl, als seine Ehefrau Eleanor ihren Freund, Gefreiter Louis Howe, um ihren Ehemann mal so ein bisschen von der Unzucht zu befreien. Sagt die Seite, sagt nicht ich, sagt die Seite. Also, der Architekt dieser Goldräuberei, aufgrund dieser Seite, ist angeblich der Herr Morgentau. Und der hat eben zusammengearbeitet mit dem Chalmerschacht, damals Reichsbank, Drittes Reich. Also, wir können sehen, bei Geld hören alle Grenzen auf. Da gibt es keine Schranken. Da gibt es nämlich dann eben nur noch den einen großen Gewinner. Und die ganze Geschichte sagt diese Webseite hier, sehr interessant, könnt ihr selber mal nachgucken. Der wäre eben dann eingeschmolzen geworden und wurde dann eben verschifft zu der BIS, zu der Bank für Internationale International Settlements, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, völlig unverdächtig. Eine Bank, die hinter der EZB steht, eine Bank, die so im normalen ARD, ZDF, RTL, Sat.1 nicht benannt wird, die hat die Lokalität in Basel, in Switzerland, aus gutem Grunde. Das wurde also nicht nach Fort Knox gebracht, ne? Ja, ja. Hier steht ja auch, ne? Guck mal hier, die völlig unverdächtig und so weiter, ne? Das ist völlig unverdächtig, ne? Da ist nicht Fort Knox, ne? Da stehen die ganzen Wachen vor. Auch James Bond, der fliegt nach Fort Knox. Frag Gerd Fröbe. Frag Gerd Fröbe. Ja, ja, das ist alles immer sehr interessant. Deswegen mache ich es ja immer langsam in Englisch. Also, interessant ist der Punkt, der jetzt, glaube ich, kaum irgendwo benannt wird. Vorher gab es fünf Präsidenten in den Vereinigten Staaten, die die Position des englischen Botschafters vorher hatten. Deswegen war Kennedy sicher, dass er der Sechste werden würde. Fünf Präsidenten vorher haben die Position eines Botschafters in Großbritannien gehabt. John Adams, James Monroe, John Quincy Adams, Martin Van Buren und James Buchanan. Da könnt ihr euch dann mal die Logik von Joe Kennedy vorstellen, oder? Ich habe es im Fall von Martin Van Buren, weil er mir so unbekannt war, habe ich es heute Mittag nochmal verifiziert. Das stimmt. Deswegen glaube ich der Webseite und glaube auch, dass er Kennedy wirklich sicher war, gesagt hat, Mensch, wenn ich jetzt schon Botschafter werde, der nächste Schritt ist 1940 Präsident. Und dann kam wieder der Zweite Weltkrieg und einige andere Sachen dazwischen. Zum Beispiel hat man ihm angeblich laut dieser Webseite einen Spion vor die Nase geknallt, nämlich den er in Tyler Kent, der eben angeblich natürlich alleine als Einzeltäter dann dafür verhindert hat, dass Papa Kennedy ins Weiße Haus einzog in 1940. Dieser Tyler Gatewood Kent war ein amerikanischer Schriftgehrer seiner Botschaft in Moskau und London. Er entwendete Unterlagen des geheimen Postverkehrs zwischen Roosevelt und Churchill, um sie Isolationisten oder dem Deutschen Reich zuzuspielen. Ist ja jetzt auch nicht so relevant. Ah ja, Marine Minister, hier steht es nochmal, was ich bereits sagte. Ja, so sieht es aus. Also da gab es einen Spion, der halt dann da zum Beispiel dem Deutschen Reich da diente. In der Botschaft von dem Herrn Kennedy. Wer hat ihn ausgesucht? Gute Frage, ne? Habe ich nicht recherchiert, aber interessant, 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 interessant. Also wir sehen auch jetzt hier, wir haben jetzt hier den Admiral Canaris, den Chef der deutschen Abwehr und so weiter, haben wir jetzt hier mit im Boot. Und die ganzen Menschen, die jetzt hier beispielsweise dieser sogenannte Spion jetzt hier im Steppdau hat, zum Beispiel Anna Volkov, und die haben dann alle zusammen irgendwie welche Sachen spioniert. Und man hat jetzt hier italienische Botschaft, ja, mittels Mann einer italienischen Botschaft. Hallo, da sind wir schon wieder, vier Jahre später sind wir schon wieder bei Christopher Lee und Niccolo Carandini, italienische Botschaft. Ach, es reißt ja gar nicht ab, wenn man da einmal reingeht, dann trifft man ein Wespennest und es tut einfach nur noch weh. Beispielsweise hier, wenn wir hier weitergehen, die Rolle hier weitermachen zwischen der Frau Volkov und dann eben dem John Miller, Joyce Miller, Abteilung MI5, Inlandsgeheimdienst, brachte den Brief zu dem Vorgesetzten und späteren Liebhaber Maxwell Knight, ich denke nicht schon wieder, Maxwell Knight, der brillante Spionagemeister, der glücklicher war mit seinem Fischotter als mit seinen Ehefrauen. Da würde ich mir doch mal Gedanken machen. Ich wüsste auch einige Menschen in der gegenwärtigen Regierung, die eher mit Fischottern glücklich wären als mit Frauen. Aber das ist vielleicht nur meine Idee. Maxwell Knight. Vor allen Dingen bekannt durch seine Seancen und seine Verbindung zu, er darf nicht fehlen, Alistair Crowley. Wo sind wir da? Wir sind im Satanismus gelandet, ne? Wir sind da im Okkultismus gelandet, wir sind bei Geheimgesellschaften. Der Mann ist Geheimdienstmensch, genau wie alle anderen auch. Maxwell Knight, OBE, ganz hoher Grad in England, Ritter, Spymaster und so weiter. Und auch Vormodell, also Model beispielsweise, für M, für den Chef von James Bond. Ja klar, wenn der Chef von Geheimdienst ist, ist es der Chef von den Geheimdienstagenten. Ist ja ganz klar. Da gibt es jetzt eine ganze Menge, ach du liebe Güte, wenn wir da alles reingehen würden, The Meyer Files und so weiter, der britische Geheimdienst und das Okkulte. Ja, da seht ihr Alistair Crowley, ach das ist, die kennt ihr auch hier, die kommt gleich. Das ist ohne Ende, ja? Da könnte ich ohne Ende jetzt drüber und das geht schon wieder um die Eule. Und die Eule, Michael, die sagen wir auch in dem Bild. Die hier, die Eule, ja genau. Minerva und Sulis Minerva von Bath. Hallo Peter Gabriel, darf auch nicht fehlen, hätte ich fast wieder vergessen. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, wir reden jetzt hier über Geheimdienst. Wir reden ja genau da, dass der Herr Kennedy im zweiten Weltkrieg, der Papa von John F. Kennedy, eben Botschafter und damit Geheimdienstträger war. Das heißt, der hat Geheiminformationen gehabt. Der hat Verbindungen zum Geheimdienst gehabt. Das heißt, wir wissen jetzt schon, der Vater von John F. Kennedy war Geheimdienster, indem er Botschafter war. Jetzt kommen hier die Sachen, die wir alle jetzt eigentlich schon mit den Christopher Lee-Folgen, wenn er die noch nicht gesehen hat, dann steht das alles da drin, schon gehabt haben. Und das will ich nicht alles jetzt wiederholen, aber ich habe von Leuten, die sich mit Crowley auskennen, weiß ich, dass der Crowley auch in den USA gewesen ist. Und dass der da also gewisse Sachen gemacht hat, wo die Leute gesagt haben, also der ist wahnsinnig. Ich gehe da jetzt nicht genau darauf ein, was da jetzt war, ich kann mich an eine Hafengeschichte erinnern, aber wie gesagt, es geht einfach darum, dass dieser Mensch auch überall auftaucht. Und inzwischen, nach, weiß ich nicht, 60 Jahre nach seinem Tod, 70 Jahre nach seinem Tod, sind die meisten Menschen damit einverstanden und der Meinung, dass der Herr Alistair Crowley, also auch Satanisten, für den Geheimdienst gearbeitet haben, was letzten Endes nur zwangsweise logisch ist. Interessant, sagt die Webseite jetzt hier, Crowley und interessanterweise auch der sowjetische Botschafter wurden beschuldigt, da auch involviert zu sein in Sexorgien und schwarzen Messen durch den Herrn Philby. Der Philby ist einer der Meisterspione, der beispielsweise auch ein Freund gewesen ist von dem Herrn Copeland, der wiederum der Vater ist vom Polisschlagzeuger Stuart Copeland. Also deswegen hat er auch ein Buch geschrieben, My Father the Spy. Jetzt habe ich diesen Satz mal übersetzt, der heißt folgendes, Geheimdienste aller Länder haben schon immer Operationen unter falscher Flagge durchgeführt und sich der dunklen Künste der Erpressung und Subversion bedient, um Verräter zu entlarven und ausländische Agenten Politiker und Würdenträger zu rekrutieren. Hallo? Und was ist falsche Flagge? Kennt man die Geschichte noch mit Kuba und Kennedy? Das ist falsche Flagge. Und von wem ist die durchgeführt worden damals? Vom Geheimdienst. Von der CIA. Subversion finde ich hier ein interessantes Wort, weil das kommt ja auch in Kennedys Rede vor. Ja, ja, ja. Genau. Erpressung weiß ich jetzt nicht, aber Subversion kommt daran vor. Von daher ist es schon ganz wichtig, das Wort mal zu behalten. Genau. Also wie gesagt, wenn man da reingeht, England, Zweiter Weltkrieg, Geheimdienst, Ian Fleming, hatte auch Interesse im Okkulten, kannte auch Crowley. Also es gibt da ein riesen Netzwerk von Geheimdienstkräften und so weiter, die eben auch im Okkulten und alle möglichen Sachen dann halt da auch interessiert sind. Das ist unglaublich. Rudolf Fest zum Beispiel ist auch so ein Fall. Hatten wir aber alles in den ganzen Christopher Lee Sessions gemacht. Deswegen möchte ich da jetzt nicht reingehen, weil das gehört ja sonst nie auf. Beispielsweise auch Dionne Fortun, eine interessante Autorin, die natürlich ganz anders heißt, weil das ist jetzt hier, die heißt die Göttin Fortuna eigentlich zu Deutsch. Also das ist ein Künstlername. Die hatte eben eine Heirat mit Cecil Williamson, MI6-rekrutierendem Major Edward Maltby. Also selbst diese Frau, die hat wiederum eine Heirat mit einem rekrutierenden Auslandsgeheimdienst Major, das reden wir jetzt hier über Offizier, Edward Maltby. Und das ist die Frau, über die wir mal geredet haben bei David Bowie in diesem Buch, was sie geschrieben hatte, hatte psychische Selbstverteidigung, wo es sich da um die Selbstverteidigung von Vampiren geht. Es gibt eines der schrecklichsten okkulten Bücher, die ich jemals in meinem Leben durchgeblättert habe, aber auch eines der lustigsten eigentlich. Und sie war eben Mitglied im Golden Dawn, Magician und so weiter und hatte dann auch da entsprechende Verbindungen und hat sogar ein Buch geschrieben, da kommen wir gleich zu. Das ist notiert hier in dem Folge 100 der satanischen Musikagenda, Rendezvous am Swimmingpool. Da seht ihr nämlich genau hier, Bowie war besessen von dem Buch psychische Selbstverteidigung von Dion Fortun. Das steht hier alles drin, da gibt es nämlich dann so Murmelsätze und so weiter und so fort. Und deswegen sagt er auch, pssst, darf keiner wissen, dass ich Satanist bin. Dion Fortun, das ist das Buch, psychische Selbstverteidigung. Die klassische Instruktions-, also Bedienungsanleitung für Schutz gegen paranormale Attacke. Herzlichen Glückwunsch. Wenn man da drauf reinfällt, ist man geliefert und zwar doppelt. Einmal finanziell und einmal dann auch geistig. Wir leben in der Mitte einen unsichtbaren Kräfte. Ja, das ist ganz toll. Dion Fortun, wir wissen, die hat jetzt auch jetzt als Opportunistin, Opportunistin, nein, Entschuldigung, ist sie sowieso, als Occultistin hat sie also auch Verbindungen zum Geheimdienst. Ja, das ist überall. Ihr findet das überall, egal wo ihr guckt. Deswegen nur noch ein paar Bücher, die damit zu tun haben. Ja, MI5, Historie, MI6, Historie, Dion Fortun, der magische Kampf um Großbritannien. Die hat also tatsächlich magische Dinge gemacht, um Großbritannien zu beschützen. Also kann man sich nicht ausdenken. Ist besser als Akte X, wirklich. Also kann man sich nicht ausdenken. Das geheime Leben von Rudolf Hess und was es da nicht alles gibt. Und Vorsicht, überall ist Disinformation dabei. Das Leben von Ian Fleming, auch im Geheimdienst. Deswegen hat er ja auch diese Romane schreiben können. Ja, und so weiter. Hier Secret Agent 666, Alistair Crowley, der britische Geheimdienst und das Occulte. Okkult heißt nur letzten Endes, dass es irgendwo verborgen ist. Und das sollen ja Geheimdienste machen. Und SOE ist die Geschichte, wo Christopher Lee mit drin ist. Hellfire Club haben wir auch in der Christopher Lee Session gemacht. Da war übrigens Benjamin Franklin auch Mitglied von Hellfire Club. Einer der Gründungsväter der USA. Nur mal eben so nebenbei. Ich glaube, das war sogar die Geschichte, wo die Leute sich als Bibelfiguren verkleidet haben, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Das ist völlig abstrus. Das ist völlig abstrus. Ja, Maxwell Knight war eben dann zusammen mit Victor Rothschild, wenn ihr den Namen vielleicht schon immer gehört habt. Das hat mit Roten Schild zu tun. Und Kim Philby, das ist auch dieser Meisterspion, der wiederum mit dem Herrn Koblen, dem Papa von der Policischlagzeuger und es hört nicht mehr auf. Unbekannt zu Kennedy, sagt die Seite, hatte eben Churchill einen Spion in der amerikanischen Botschaft namens Tyler Kent. Und er hat nämlich dann eben versucht, den Kennedy aus dem Weißen Haus rauszubekommen, bevor er überhaupt reingekommen ist, mit einer Spionageoperation. Sagt die Webseite, ob es so stimmt? Weiß ich nicht. Aber interessant. Kann man auch nachlesen. Das sind teilweise viele Sachen hier drin. Eben in dem bekannten Buch, was ich schon letztens benannt habe, Wenn die Löwen brüllen, When Lions Roar, The Churchills und die Kennedys. Da steht es nämlich dann eben drin. When Lions Roar, dieses Buch beginnt außerhalb von London mit einem geheimen Treffen von 1933 zwischen Winston Churchill und Joseph P. Kennedy inklusive dem ältesten Sohn von Präsident Roosevelt. Die Geschichte mit dieser Alkohol-Likör-Import-Firma. Hatten wir ja letztens schon drüber gesprochen. Am 20. Mai 1940 wurde eben genau dieser Tyler Kent verhaftet durch Scotland Yard und seine kompletten Notizen wurden konfisziert. Er hatte dieses Apartment, wo er dann eben gelebt hat mit seiner russischen Geliebten Anna Wolkow, die natürlich, ihr habt es dann erraten, natürlich genau diese Verbindungen zum Geheimdienst hatte. Der ist dann sechs Jahre verurteilt worden, so sechs Jahre Gefängnis. Und Kennedy hat ja diplomatische Immunität, dem ist da irgendwie nichts passiert. Aber der Tyler Kent ist dann eben dann der, ja wenn man so wollen, aufgeflogen. So ein bisschen so Guglion-Affäre vielleicht, weiß ich nicht. Kann man sich jetzt nicht hinterklemmen. Dauert alles auch viel zu lange, aber interessant. Also deswegen ist dann eben bei Kennedy so gewesen, dass er im Oktober 1940 dann eben Tschüss gesagt hat zu Churchill. Und damit war auch die Geschichte klar, der konnte 1940 dann nicht mehr Präsident werden. Wenn das jetzt so stimmt, dass das der Grund gewesen ist, ich glaube da gab es noch ganz andere Gründe. Es muss ja auch einen Grund gehabt haben, warum das 1940 aufgeflogen ist. In dem Jahr, wo die amerikanische Präsidentschaftswahl war. Ist ja auch wohl bitteschön kein Zufall. So und als der Kennedy, Papa, wieder zurück war in den Vereinigten Staaten, dann ist er eben von Roosevelt dann halt sofort kontaktiert worden und hat ja für ihn dann auch notgedrungen, nochmal eine Kampagne unterstützt mit seinem Geld. Und natürlich auch mit dem Status eines britischen Botschafters. Das heißt, der Mann ist ja immer weiter auch politisch nach oben gekommen irgendwo. Zum dritten Mal dann eben Roosevelt, seht ihr hier, Oktober 1940. Also knapp nachdem er dann wieder zurück war aus Großbritannien, hat er denn eben den Roosevelt unterstützt. Ihr seht ja hier CBS, einer der größten amerikanischen Sender. Und der Roosevelt hat ihm erstaunlicherweise noch nicht mal den Vizepräsidentschaft angeboten, die eben nur ein Herzschlag entfernt wäre von der eigentlichen Präsidentschaft. Und das ist genau das Argument, beziehungsweise der Ausspruch von Franklin, Dillard und Roosevelt. In der Politik... Bevor, Entschuldigung, bevor du dazu kommst, mal eben was zu dem Vizepräsidenten sagen. Viele Leute wissen das nicht, aber die Rolle des Vizepräsidenten ist stärker als die des Präsidenten. Die wahre Macht in Amerika ist im Grunde der Vizepräsident und nicht der wirkliche Präsident. Das sieht man an vielen anderen Präsidenten. Das heißt, wenn er hier weder Präsident wird, noch von Roosevelt noch die Möglichkeit bekommt, hier den Vizepräsident zu sein, dann wird ihm im Grunde jede Machtposition vorenthalten. Da muss es also irgendetwas geben, weshalb die sagen, der kommt nicht an die Macht. Ja, und vor allen Dingen ist es so, der eigentliche Machthaber ist ja der Mann hinter dem Vizepräsidenten, wenn wir dann schon mal da so weit sind. Also das sind natürlich auch nur die Nasen, die da ihr Gesicht in die Kamera stecken, um halt den Volksvertreter zu spielen, der ja überhaupt niemand ist. Also auch der Herr Kennedy hier als Multi-Multi-Multi-Multi-Millionär und Geheimdienst-Tragender. Und der ist ja alles andere als der normale Volksvertreter. Das ist ja gerade der Punkt. Das ist ja genau wie die anderen Menschen auch. Hitler war auch kein Volksvertreter. Churchill genauso wenig. Stalin? Wollte das alles Volksvertreter oder was? Ach so, das war Zweiter Weltkrieg. Das war Diktatur. Das ist heute anders, ne? So viel mal eben zu Annalena Baerbock, ne? Volksvertreter, gell? Ja klar, die Partei ist gewählt worden, aber du kannst ja nur eine Partei wählen. Du kannst ja nicht eine Nase wählen. Außerdem weißt du gar nicht, was die Nase nach der Wahl für eine Idee hat. Aber gut, das ist die andere Geschichte. In Politik. Da passiert nichts durch Zufall. Wenn etwas passiert, dann kannst du darauf wetten, dass es vorher so geplant war. Kommt genau von dem Herrn Roosevelt. Und wenn der Herr Roosevelt mehrfacher Präsident ist der Vereinigten Staaten, dann glaube ich, hat dieses Zitat etwas Gewicht. Und jetzt geht's weiter mit Kennedy. Die Kennedys besitzen ein spektakuläres Zuhause in Palm Beach, das genau wie genannt wird, das Florida-Weißes Haus. Also ich meine, wenn man dann nicht, bitteschön, irgendwelche Ambitionen hat auf die Präsidentschaft, dann weiß ich aber nicht. Ich meine, wenn man so einen Swimmingpool hat und noch ein Tennisfeld und überhaupt, wenn dieses Foto also jetzt hier real ist, dann weiß ich aber auch nicht. Dann sollte man vielleicht dann doch irgendwie mal ins Grübeln kommen, welche Ambitionen der Herr Kennedy für sich, beziehungsweise dann natürlich dann für seine Söhne hatte. Und wir wissen ja, wie das weitergelaufen ist. Und die Geschichte mit Joe Kennedy hört jetzt hier fast auf, fast auf. Weil ihr seht den Hintergrund oder der Druck, der auf die Söhne gelastet hat von dem Kennedy. Also Joe Kennedy Jr., Jack, beziehungsweise John F. Kennedy und dann halt Robert Kennedy und meinetwegen auch noch Ted Kennedy. Der Druck in so einem Ambiente mit dem ehemaligen Botschafter und Multimultimultimillionär und Kampagnenstricker für Roosevelt und so weiter, da aufzuwachsen mit den entsprechenden Menschen, die dann permanent da in Kontakt treten mit dem ehemaligen Botschafter und Geheimnisträger, dem Herrn Kennedy Papa, sage ich jetzt immer, damit es ein bisschen einfacher ist. Seine Karriere ist sehr abrupt geendet und zwar am 19. Dezember 1961. Da ist er nämlich golfen gewesen mit seinem Chauffeur Ann Gargan. Und dann hatte er einen Schlaganfall, der ihn dann gelähmt hat für den Rest seines Lebens. Er war komplett gelähmt in seiner rechten Seite und konnte weder gehen noch sprechen. Er hat dann überlebt bis 1969 und ist dann eben dann den Weg des Sterblichen gegangen. Und das war es dann jetzt eben soweit in der Geschichte jetzt hier mit Kennedy Papa, damit er mal sieht, was das für ein Mensch gewesen ist. Der wollte einfach Präsident werden. Ja, ist ja logisch. Wenn fünf vor mir da jetzt Botschafter gewesen sind in England und ich dann eine Sechste bin, dann kann man sich ja schon mal reelle Hoffnungen machen auf die Geschichte. Interessant ist eben dann, dass diese Ann Gargan jetzt hier als Chauffeur genannt wird, aber eigentlich laut dieser Webseite quasi was anderes. Hier steht nämlich Nichte. Interessant. Ich überlege gerade mal, da könnte, aber ich will diesen Gedanken nicht weiterführen. Das will er nämlich dann gegen die Bibel. Und da seht ihr jetzt mal, dass die Gesundheit ein ganz hohes Gut ist. Da nützt du nämlich alles Geld der Welt nichts. Da kannst du Multimillionär sein und Botschafter gewesen sein. Wenn du dann irgendwann mal im Rollstuhl landest, dann kannst du auch nur noch für die Kamera lachen. Und als der Präsident erschossen wurde, also John F. Kennedy, saßen Ann, seine Nichte, saß dann da und seine Frau Rose saßen dann da vor dem Fernseher, bis Rose Ann gebeten hatte, alle Fernseher und alle Radios im Haus auszumachen, sodass ihr gehandicapter Ehemann Joe eben nicht hören würde von der Tragödie, die seinen Sohn dann eben befallen hat. Soviel mal dazu. Eine ganze Menge seiner Kinder sind vor ihm gestorben. Wir haben hier noch eine ganze Menge Zusatzinformationen auf diesen ganzen Webseiten über Politiker. Aber wir wissen ja, dass hinter den Politikern die eigentlich Mächtigen stehen. Und deswegen ist das jetzt nicht wirklich so wichtig. Es haben sich eine ganze Menge Menschen aus dem Staub gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch um den Todesfall und das Attentat von John F. Kennedy. Da will ich jetzt nicht unbedingt drüber eingehen. Aber was wir sehen, ist letzten Endes die Verbindung zwischen Politikern und dem Geheimdienst permanent. Botschaften sind alles Geheimagenten. Darf man nie verkennen. Man würde man ja alleine schon an diesem Symbol hier drum und drüber sehen. Aber man darf das nie verkennen, dass also Botschaften Staatsgeheimnisse waren. Und letzten Endes diese Menschen, die auch offiziell jetzt hier Botschafter sind, also Amp heißt hier Ambassador, während der Zeit von John F. Kennedy, der David Orms-Higore zum Beispiel, das war eben die Augen des Premierministers von dem Vereinigten Königreich in Washington. Und der hatte wiederum natürlich Verbindungen zum Geheimdienst. Sie meint, das ist ganz klar. Logischerweise. Der wird ja auch durch den Geheimdienst dann beschützt. Ganz, ganz logisch. Sofort, als eben der Präsident Kennedy dann eben ermordet worden ist, in Texas, in Dallas und so weiter, dann haben die Medien ihn dann eben verglichen mit dem Präsident Abraham Lincoln. Es gibt ja noch andere Präsidenten außer Lincoln und Kennedy, die erschossen oder umgebracht worden sind, wie wir beispielsweise jetzt hier sehen. Und diese Webseite kommt leider auf den falschen Schluss, dass eben der englische Geheimdienst dahinter stünde, weil alles irgendwie so mit dem englischen Königreich zu tun hätte. Und das ist eben dann genauso, dass die Menschen, die Politiker sind, dann eben nicht nur keine Volksvertreter sind, sondern dass diese Menschen natürlich eine ganze Menge Geheimdienstmenschen im Hintergrund haben, was dann im Falle von Kennedy negativ ist. Die haben ihn nämlich eben nicht beschützt, aus gewissen Gründen. Der Herr Kennedy selber, John F. Kennedy, der hatte ja seine kleine Militärkarriere und hat ja, wie wir letztens schon mal besprochen haben, ein Buch geschrieben, warum England schläft. Also deswegen vermuten natürlich viele, dass auch die Englander in irgendeiner Art und Weise jetzt da mit drin hängen. Ich kann noch so viel dazu sagen, der Herr Kennedy selber ist letzten Endes ein Produkt und ein Opfer seiner Familie. So empfinde ich das. Der hatte gar nicht die große Zeit, in seiner kurzen Amtsperiode großartig irgendetwas da rumzureißen, beziehungsweise der war so jung, man darf ja nicht vergessen, der war so jung, der ist mit 46 gestorben. Deswegen sieht man den auch und deswegen, glaube ich, ist er auch so beliebt gewesen, natürlich auch ohne Zweifel bei Frauen, dass er so jung und so dynamisch und so vital aussah, wo er gar nicht so vital gewesen ist. Aber er war, guck mal, steht genau hier, mit 43 Jahren war Kennedy der jüngste Amt gewählt und insgesamt der zweitjüngste US-Präsident nach Theodore Roosevelt, der halt 42 war. Das ist jetzt hier richtig, das soll ja gar nicht grün, nur damit ihr das jetzt mal seht hier. Ich glaube, da wird eine ganze Menge dem Kennedy angedichtet, was der eben gar nicht gewesen ist. Und nochmal, ich habe dieses Bild extra ausgewählt, ihr wisst alle, wer das ist, zumindest die Deutschen wissen, wer das ist. Das ist der damalige Bundeskanzler Willy Brandt, der eigentlich ganz anders heißt, bei seinem, wie soll man sagen, augenfälligen Kniefall in Polen. Ich habe nichts dagegen, wenn irgendjemand im Stillen betet. Aber wenn jemand öffentlich so etwas macht und wir wissen, dass Jahre vorher der Herr Roosevelt gesagt hat, dass in der Politik nichts zufällig passiert, dann ist das eine vorher geplante Aktion. Auch wenn man das heutzutage als einer der größten Gesten eines westdeutschen Politikers deuten würde, ich würde mich eher auf den Punkt versteifen, dass das eine geplante Aktion ist. Da passiert nichts, ohne dass das Protokoll das irgendwo festlegt. Ich glaube immer noch nicht daran, dass das eine freiwillige Aktion von Willy Brandt gewesen ist, weil er so ergriffen war und irgendwie um Verzeihung bitten wollte für die deutschen Gräueltaten. Sagen wir es doch mal so, Michael, der Kniefall von Willy Brandt in Warschau war genauso inszeniert wie der Fall der Mauer in Berlin. Ja, genau. Beides Fälle. Ja, genau. Und beides inszeniert. Und wer das nicht glaubt und das nicht versteht, der sollte besser Donald Duck Comics lesen oder so. Ja, aber deswegen habe ich auch, du siehst ja, du siehst ja halt, dass ich die Sachen hier auch genauso untereinander gesetzt habe, damit man wirklich sieht, der Roosevelt hat das in den 40er Jahren irgendwo gesagt, maximal. Und das jetzt war hier Ende der 60er oder Anfang der 70er irgendwo. Aber auf jeden Fall, wir gucken hier, 7.12.70 steht jetzt hier, wie ich richtig im Kopf habe. 7.12.70, also 1970. Also, es passiert da nichts zufällig. Es passiert nichts zufällig. Aber auch wirklich gar nichts. Das beispielsweise jetzt hier ist während der Amtszeit von Kennedy, also Oktober 61, da wo er gerade mal, da hat das Mad-Magazin ihn da jetzt an, jetzt so gezeichnet. Und das ist jetzt auch das Ende dieser Sendung sozusagen, auch wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen mad seid auf uns, weil wir jetzt nicht jetzt hier weitermachen, wo wir jetzt hier weitermachen könnten. Aber jetzt kommen wir halt zu einem ganz anderen Punkt, der eigentlich so auf dieser ganzen Bandbreite von Dingen, wo man überhaupt mal hinter die Verschwörung gucken könnte, so gar nicht beleuchtet wird, nämlich der Faktor, wer wählt denn so einen Präsidenten nach welchen Kriterien aus? Und deswegen, ohne euch jetzt auf die Folter spannen zu wollen, was wir so und so nicht wollen, damit geht es dann los in der nächsten Folge. Nämlich, es geht sich jetzt hier um den Wahlkampf von John F. Kennedy und damit natürlich auch jetzt hier seine Religion, die damals ein ganz großer Faktor genauer gewesen ist in dem Wahlkampf 1960. Da geht es darum in der nächsten Sendung. Daher bedanke ich mich schon mal, dass ihr seht, welchen Hintergrund und welche Bürde sozusagen, welche Last der John F. Kennedy mitgeschleppt hat mit dem totalen Ehrgeiz seines Vaters und der Erwartungshaltung seiner ganzen Familie. Und deswegen erinnert euch vielleicht nochmal an dieses Bild aus der vorherigen, vorherigen Folge mit der Familienbande, wo der John F. Kennedy da prominent in der Mitte steht und alle Augen auf ihn gerichtet sind sozusagen. Der muss jetzt alles reißen. Der muss das bekommen und das machen, was sein Vater immer schon für sich haben wollte. Auf ihn lastet jetzt alles und auf ihn richten sich alle Augen. Und dann geht es natürlich dann so, man wird nicht eben mal so Präsident der Vereinigten Staaten. Das wird man nicht, weil man besonders gut aussieht, wie Donald Trump. Das wird man nicht, weil man besonders gut Erdnussbutter irgendwie ist, so wie Jimmy Kartner. Das wird man nicht, wenn er besonders guter Schauspieler ist, wie Ronald Reagan, sondern da stehen andere Dinge dahinter. Und man muss natürlich auch erstmal eine Akzeptanz im Volk haben. Das heißt, man muss erstmal im Volk eine Stimmung schüren mit Wahlkampf, mit Spenden, mit entsprechenden Duellen, mit entsprechenden Geld vor allem im Hintergrund. Wir haben ja schon gehört, dass das ausschlaggebende Money, Money, Money ist. Und davon hatte der Herr Kennedy eine ganze Menge. Da haben wir gesehen, in Florida hatten die schon ihr weißes Haus. Also, dann ist das nicht mehr der große Sprung bis nach Washington. Und wie er das geschafft hat und warum er das geschafft hat und mit welchen Dingen er da konfrontiert gewesen ist, da gucken wir uns das in der nächsten Folge an, die garantiert, glaube ich mir, für den Jörg ganz besonders interessant wird. Vielen Dank für euer Zuschauen. Vielen Dank fürs Kommentieren. Und vielen Dank für eure Treue. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Sprüche drauf, die für die nächste Sendung wahrscheinlich passen. Für diese Sendung habe ich eigentlich nur noch einzubringen, dass es ganz deutlich geworden ist, auch für mich noch mal, wie wichtig es ist, sich die vorhergehenden Sendungen anzugucken. Ich spreche jetzt nicht die vorhergehenden Sendungen dieser Verschwörungstheorie-Reihe, sondern ich spreche von solchen Dingen wie die satanische Medien- und Musikagenda. Wir haben heute hier Alistair Crowley getroffen. Wir haben heute hier Christopher Lee getroffen. Wir haben kurz angerissen den Musiker da, David Bowie und den anderen da noch. Da komme ich jetzt nicht drauf. Alan Parsons, kurz angesprochen, in dem sein Vater ja auch da Geheimdienstdinger war. Nee, du meinst The Police, meinst du? Stuart Copeland. Ja, ist auch egal. Ja, aber den Parsons hatte ich auch noch irgendwie ganz kurz, hatten wir den angerissen. Man sieht, wenn man jetzt also diese satanische Medien- Musikagenda verfolgt hat, dann sieht man auf einmal Dinge darin hier zurückkommen. Und dann sieht man die Interkollektivität, nenne ich das jetzt mal, wie alles miteinander im Dunkeln verbunden ist. Und das Interessante ist, dass in der Bibel geschrieben steht, dass alles ans Licht kommen wird. Alle guten und alle schlechten Taten, sowohl die im Verborgenen als auch die im Offenen. Alles wird ans Licht kommen. Und diese ganzen verschiedenen Geheimgesellschaften, man kann es ja gar nicht mehr anders nennen, ob es jetzt Geheimdienste sind oder ob es Geheimgesellschaften sind, also Freimaurer und ihre anverwandten Orden, wenn man jetzt OTO nimmt oder wie auch immer, den Hellfire Club oder wie auch immer man das nennen will, Dinge hinter verschlossenen Türen, genau wie heute auch, wo das Publikum nur die Theaterveranstaltungen im Deutschen Bundestag zu sehen bekommt und aber nicht die parlamentarischen Ausschüsse, wo Gesetze besprochen werden sieht oder die sonstigen Treffen oder ein Abendessen mal von jemandem bei der Bundeskanzlerin. Ich denke, einige wissen jetzt genau, welche ich meine. Solche Sachen sieht und hört man nicht. Man sieht nur das, was das Volk sehen soll, nämlich die Theaterveranstaltung in den Parlamenten. Ja, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist im Grunde, Michael, solange wir wissen, dass es diese Geheimgesellschaften gibt und dass die Leute, die sogenannte Volksvertreter sind, da Mitglied von sind, wie du heute anhand von Churchill ja sehr gut bewiesen hast und nicht nur anhand von Churchill, wir kennen das ja auch von anderen und du hast auch die grünen Politikerinnen da angeholt, die anscheinend von dem Schwab, von dem World Economic Forum protegiert ist. Solange es solche Gesellschaften gibt und dass es diese Gesellschaften gibt, ist ja kein Geheimnis. Was die Gesellschaften tun, wer da Mitglied ist, das ist vielleicht nicht immer so leicht herauszufinden, das ist vielleicht mehr oder weniger Geheimnis, aber dass es die Gesellschaften gibt, ist ja kein Geheimnis. Solange es solche Geheimgesellschaften gibt, müssen wir doch gar nicht darüber diskutieren, ob es Verschwörungstheorien oder Verschwörungen gibt oder nicht. Weil wenn es keine Geheimnisse gäbe, gäbe es auch keine Verschwörungen. So einfach ist das doch. Das eine schließt das andere komplett aus. Wenn ich keine Geheimgesellschaften habe, dann gibt es auch keine Verschwörungen, weil nichts im Geheimen passiert. Aber hier sind immer Dinge im Geheimen abgesprochen und immer Dinge von sogenannten Weltführern. Ob wir jetzt Hitler oder Stalin oder Mussolini oder Mao Zedong oder wen auch immer nehmen, die sind alle in Geheimgesellschaften organisiert und haben geheime Treffen. Und das sind Geheimgesellschaften auf der einen Seite, das sind Geheimdienste, die für diese Geheimgesellschaften arbeiten und diese Geheimgesellschaften kontrollieren auf der anderen Seite. Und solange es diese Dinge gibt, müssen wir uns die Frage nach Verschwörungen gar nicht stellen. Da ist es logisch, dass es die gibt. Und das ist im Grunde auch ein Teil der Rede von John F. Kennedy. Unsere Nation ist im Grunde gegen Geheimhaltung. Das ist eine der Dinge, die er in dieser Rede gesagt hat. Und das ist genau der Punkt. Und Offenheit, Ehrlichkeit, das sind Werte, die ein bibelgläubiger Christ vertritt. Das sind Werte, die die Bibel vertritt. Und deswegen kann man als Christ in der Politik überhaupt nichts verloren haben, wo immer alles an Geheimetreffen, Geheimgesellschaften und Geheimdienste gelenkt ist. Das ist vielleicht eine gute Art, diese Sendung zu beenden, um zu sagen von, wenn ihr bibelgläubige Christen seid und ihr habt dieses Prinzip einmal verstanden, dann wisst ihr, dass ihr euch von der Politik so fernhalten solltet, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Und in der Zwischenzeit eure Bibel lesen. Maranatha. Ja, und Entschuldigung für die trockene Sendung. Woe unto them that seek deep To hide their counsel from the Lord And their works are in the dark And they say who seeth us And who knoweth us So many think God does not see their sin Woe to those who think they can hide from Him God is grieving, He knows and He's seen Isaiah 29, verse 15 Isaiah 29, verse 15 Woe unto them that seek deep To hide their counsel from the Lord And their works are in the dark And their works are in the dark And they say who seeth us And who knoweth us The eyes of the Lord The eyes of the Lord are everywhere Beholding the evil and good Walk in the light Don't try to hide from the light Don't try to hide from the Lord Don't try to hide from the Lord And their works are in the dark And their works are in the dark And they say who seeth us And who knoweth 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 us Untertitelung des ZDF, 2020